Moin Leute, willkommen zu einem neuen Live Commentary auf meinem Kanal der junge Zocker und erstens mal begrüße ich euch alle, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde euch jetzt hier in den nächsten 2-3 Minuten hier ein kleines Gameplay präsentieren von meinem PS1-Freund, dem Alex Cookie Kicks und von mir, von eurem YouTube Gamescom. Und ich habe heute in meinem Waffenkoffer die M27 eingepackt und die FHJ18AA. Ah, kriege ich sie noch? Ich habe aber 25 Punkte Assi rausgehauen, der hinter mir hat ihn nämlich gekillt und dann hat er natürlich sofort die Gelegenheit genommen. Die war natürlich ich, hatte gedacht, komm, hau mal auf mich drauf. Sehen wir ja, was rausgekommen ist. 100 Punkte und der Sniper-Schütze, das ist so krass, das ist so krass, finde ich, wenn du da läufst und dann plötzlich kommt der Sniper so zack und dich haut es weg. Das glaubst du immer gar nicht, wenn du tot bist, aber es geht so schnell in dem Spiel, dann bist du so schnell tot. Aber herrlich. Die Waffe hat sich wirklich als 0 plus ultra oder wie man das sagt, non plus ultra erwiesen. Sie ist wirklich gut, muss ich sagen. Die kann ich euch weiterempfehlen. So, jetzt mal Granate fliegt. Was ist jetzt passiert? Hä, das konnte ich jetzt mal nicht verstehen. Ich habe die Granate hochgeschmissen, die müsste eigentlich am Dach eng bleiben. Weil die ist irgendwie zurückgewandert. Ohmisch, hat ihr Ziel nicht gefunden. So, cool, das sagt man natürlich auch noch, wenn ich die Scharfschützen umbringe. Oder wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt hier laufe, so, dann kommt plötzlich, Achtung, Scharfschütze. Dann heißt es für mich, oh, YouTube Gamescom, jetzt musst du mal ein bisschen aufpassen. Oder Alex Huckie Kicks, weil jetzt wird es gefährlich. Jetzt ist irgendwo ein Scharfschütze, der hat wahrscheinlich schon ein Visier auf mich genommen. Dann schmeiße ich mich einfach auf den Boden und sag, ja. Oh, all wie weg. So, ups, ich habe ein bisschen so viel hier Apfelkolle getrunken. Das war leider die Niederlage erzielt, aber wir sind die Gewinner der Herzen. Und ich sage ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom und euer Alex Huckie Kicks. Wir sagen ciao. Kill Game schauen wir trotzdem an. So. Bis dann. Ciao.